Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Schloss und da kommt ein Rundzylinder rein. Das ist ein Rundzylinder, da habe ich so einen. Ich werde gleich mal eben gucken. Meistens ist die Schloss aber von BKS. Ja, da steht hier auch drauf BKS. Und ja, da stimmt was nicht. Und dann muss ich mal gucken, wo haben wir einen Griff da. Ja, das geht, aber das mit der Falle geht nicht. Ich gucke mal nach, ob ich so ein Schloss habe. Das sind Zylinder, meine ich. Das ist kein Schloss, das ist ein Zylinder, der da reinkommt. Nur mal eben so zum anschauen. Ja, das ist praktisch sowas. So ein Zylinder kommt da rein, sind Rundzylinder. Hier hat jemand gebohrt, hat versucht, diesen Stift hier wegzubohren, um den aufzumachen. Auch lustig. Die werden hier praktisch eingesetzt. Der schließt Nase nach unten. Wie kann man sowas reinsetzen? Hier sind so Aussparungen. Und da kommt der da so rein. Es gibt ja wieder verschiedene Ausführungen. Dieses glaube ich nicht. Doch, ist richtig. Da kommt der Riegel raus. Wollen wir sehen, jetzt ist das praktisch drin. Ich gehe das mal um. Das Schloss und kommt da der Riegel raus. Ja. So, das legen wir mal eben beiseite. Ja, und hier habe ich hier nochmal einen alten, das er zusammengesetzt. Den kann man mit dem Schlüssel, wenn man ihn dreht, gibt es einmal hier den dünnen Kern und hier den dicken Kern. Und beim dicken Kern ist an der Seite hier so ein kleines Loch, wenn man hier dieses verdreht, meistens links. Und da kann man dann mit einer Nadel rein und das dann aufmachen. Gut, das ist jetzt aber nicht unser Bestreben. Unser Bestreben ist, das Schloss wieder heile zu machen. Hier wollen wir mal schauen, was da los ist. Da ist die Feder kaputt von der Falle. Wichtig ist auf alle Fälle, hier muss so eine Art Nusshalter rein. Das ist so ein Teil. Ich weiß gar nicht, ob man die noch so bekommt. So, ich wollte ein kleines Brett haben. Muss man dann mal was machen, dann liegt das Schloss ein bisschen besser. Wobei es auch wurscht. Dann machen wir das so. Nicht das leicht schräg geht auch. So, Schrauben öffnen. Und wo kommen die Schrauben hin? Wo kommen die Schrauben hin? Immer in eine kleine Dose. Damit man das nicht verliert. Da kommen alle kleinen Teile rein, die man so hat. Ja, wir können mal hier ein bisschen aufräumen. Liegt gerade wieder alles durcheinander, wenn man so arbeitet. So, Ärmel hochkrempeln und schon geht es los. So, dann kann ich hier den Deckel hochnehmen. Und da sehe ich, naja, eine kleine Feder. So ist dieses Schloss aufgebaut. Ja, so sieht das Innenleben praktisch aus. Und dieses hier ist der Wechsel. Dieses hier nennt man Wechsel. Wird da angetrieben. Und dann drückt wir den zurück. Ja, der ist ein bisschen... Na, der kann hier auch nicht gehen. So. Das kann auch nicht gehen. Jetzt geht er aber viel zu weit, weil der Anschlag ist ja nicht da. Wir brauchen jetzt also eine neue Feder auf alle Fälle. Die muss da rein. Und da gucke ich mal eben. Sonst muss ich eine selber machen. Ja, hier habe ich jetzt so eine Feder, eine kleine Schlossfeder. Mal eben sehen. Die müssen wir da jetzt irgendwie unter Spannung da rein kriegen. Oh man, mein Fingernagel, ey. Okay. Dann muss ich jetzt mal heute irgendwie richten. Muss ich mal eben sehen. Eigentlich müsste die Feder... Genau. Und jetzt müsste ich die Feder hier ein bisschen drehen. Mal sehen, ob ich das hinkriege. So. Dass er sich da verdreht. Manchmal ist es nur eine Kleinigkeit, aber dennoch macht das Ding Probleme. So. Jetzt ist es drauf. Na, da tickert mich irgendjemand an. So. Jetzt brauchen wir ein bisschen Schlossöl. Auf alle Fälle. Und dann drücken wir die zurück. Das Telefon geht jetzt auch noch. Mal, wenn es ungünstig ist. So. Und schon können wir sehen, es funktioniert. Jetzt gehe ich mal erst ans Telefon rein und dann geht es hier weiter. Ja. Am Telefon war die Sprachbox. Ja. Sonst ist so mit dem Schloss ja nix. Außer, dass ich jetzt hier ein bisschen geschmiert werden muss. Das ist immer wichtig hier, dass man da so eine Nussraum macht. Weil, wenn man da nicht auffasst, dann fliegt das den ganz schön durch die Gegend. Da ist ganz schön Spannung drauf. Das sollte man nicht unterschätzen. So. Auf der gegenüberliegenden Seite. Da sehen wir so ein paar Spuren. Ja. Und dann ist das auch erledigt. Dann können wir das Schloss wieder zusammensetzen. So. Unsere Schrauben finden wir wo. Da hat jemand irgendwas gebastelt. In die Schrottkiste. Die Schrauben haben wir in der kleinen Dose. Dann, wenn man nicht aufpasst, und man legt die Schrauben dann hin, dann passiert irgendwas. Wenn wir da fliegt, dann fliegt die Gegend. Oder das Schloss schiebe ich in diese Richtung. Oder es passiert irgendwas anderes. Und schon habe ich das Problem, dass die Sachen auf dem Fußboden fallen. Und dann ist das weg und das war's dann. So. So. Und schon geht das Ganze wieder. Ja. Dann kann der Kunde vorbeikommen, das Schloss wieder rausholen. Und. Dann kann man die nächste Arbeit machen. So schnell geht das. So eine Feder mal eben reinsetzen. Gut. Ich habe welche vorgebogen. Manchmal mache ich die dann selber erst, weil ich noch so keine gerade habe. Aber viele sagen, ja, habe ich nicht, geht's nicht, muss ein neues Schloss rein. Aber das Umbauen in der Tür. Das ist ja ganz schön viel Arbeit und sieht nachher hinterher überhaupt nicht gut aus. So. Arbeit ist fertig. Ähm. Ja. Das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt. So. So.